Endlich ist es soweit, die Entwickler haben die Ankündigung des neunten Gameplay Packs offiziell für morgen bestätigt, mehr dazu in dieser Short News. Nachdem wir ja schon in den letzten Wochen das Icon des insgesamt neunten Gameplay Packs für die Sims 4 bestaunen durften, gibt es jetzt große Neuigkeiten zur offiziellen Ankündigung. Morgen Abend um 20 Uhr wird das neue Pack im Rahmen der Gamescom Opening Night eingekündigt. Im Video ist ebenfalls ein Sim im Anzug zu sehen, der aber vermutlich nichts über das Thema des Packs aussagt, sondern nur der Moderator der Show sein wird, dieser wurde ebenfalls auch im Tweet verlinkt. Natürlich werde ich euch ebenfalls den Trailer des Packs in einem neuen Video zusammenfassen, es bleibt weiterhin spannend. Falls ihr euch für Podcasts interessiert, ist heute eine neue Folge von Sim Gehört zusammen mit meinem Kollegen Micha von simtimes.de online gegangen, in der wir über die verschiedenen Welten in die Sims 4 diskutiert haben. Den Podcast findet ihr auf Spotify und anderen Portalen, schaut gerne dazu in der Beschreibung vorbei. Hättet ihr mit einer Ankündigung für morgen gerechnet, schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.